Hallo, ich heiße Stacey Corliss und freue mich, Ihnen meinen Heimatort vorzustellen. Mammoth Lakes ist Kaliforniens beliebtestes Ganzjahresreiseziel in den Bergen. Hier warten jede Menge atemberaubende Erlebnisse auf Sie. Von Mammoth Lakes aus ist es nicht weit von Yosemite National Park, Death Valley, Mono Lake und nach Bori, der offiziellen Geisterstadt Kalifornien. Und der Naturpark Devils Postpile National Monument sowie der Rainbow Falls sind gleich in der Nähe. Mitten in Mammoth Lakes liegt Mammoth Mountain, eins der beliebtesten Ski-Gebiete der USA. Fahren Sie mit der Gondel mehr als 3300 Höhenmeter bis zur Spitze des Mammoth Mountain. Einfacher kann man die Berge der Sierra Nevada nicht erkunden. Die Ski-Saison in Mammoth Mountain ist einer der längsten in Nordamerika. Außerdem ist der Berg die offizielle Trainingsstätte der Olympischen Snowboard- und Freestyle-Teams der USA. 30 Sessellifte und Gondeln, ein Gebiet von über 1500 Hektar sowie mehr als 300 Sonnentage im Jahr machen Mammoth Mountain zu einem ganz besonderen Ort. Im Sommer wird Mammoth Mountain zum beliebtesten Mountainbike-Park der USA. Über 130 Kilometer Mountainbike-Trails wartet auf Fahrer jegliche Geschichtlichkeitslevels. An der Endstation der Gondel wartet das Informationszentrum auf Sie. Hier erfahren Sie Interessantes über die Flora und Fauna, die Geologie, das Wetter und die Kultur von Mammoth Lakes und der Umgebung. Der Eintritt ist kostenlos und dazu gibt es noch unendlich schöne Aussichten. Ein kostenloser Bus bringt Sie zu den Mammoth Lakes Basin, einem Naturgebiet mit zahlreichen Seelen, Bäche und spektakulären Blicke auf die umliegenden Berge. Wandern, Reiten, Angeln und Fahrradfahren – das sind nur ein paar der vielen Abenteuer, die auf Familienpaare und Alleinreisende jeder Altersgruppe warten. Mit den kostenlosen Bussen kommen Sie einfach und entspannt an jedes Ziel in Mammoth Lakes. Nach einem abenteuerreichen Tag haben Sie für ein köstliches Abendessen das Auswahl von 65 Restaurants. Wie wäre es mit chinesischer, mexikanischer, französischer, deutscher, amerikanischer oder italienischer Küche? Und das sind nur einige der angebotenen Geschmacksrichtungen. Mammoth Lakes bietet außerdem zahlreiche, kostenlose Veranstaltungen, Konzerte und Festivals. Hier ist an jedem Wochenende etwas los. Sie können sich schon jetzt auf einen tollen Aufenthalt freuen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Mammoth Lakes kennenzulernen. Hier finden Sie ein ganz besonderes, wildes Stück Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie auf www.visitmammoth.com. Hier können Sie sich auch ein Besucherproschbeck bestellen. Ganz gleich, ob Sommer oder Winter, in Mammoth Lakes wartet immer das Außergewöhnliches auf Sie. Oder wie wir sagen, no small adventure in Mammoth Lakes. 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 Mammoth Lakes.